Hallo ihr meine Äffchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft-Straight. Nicht strange, straight. 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 Straight ist strange. Was, nein? Wir machen einen neuen, neuen Amboss. I Amboss. Hä? Habe ich das? Achso, ich brauche, ähm, hiervon. Protection. Das kommt mal dahin. Das kommt mal dahin. Ich brauche jetzt noch einen weiteren Brustpanzer. Äh, und... Oh mein Gott, das ist so spannend. Haltbar kalt oder schusssicher. Verdammt! Ähm. Ich habe jetzt... Oh, mir fehlen wieder... Was verzauber ich denn jetzt ansonsten? Ich baue mir mal kurz da was ab. Eine Hose vielleicht, eine Hose. Ähm, ich habe jetzt gleich eine Hose. Ähm. Und mehr Level habe ich dann schon wieder nicht mehr. Warte mal, bist du schusssicher? Dann gehe ich vielleicht mit der Hose auf schusssicher? Ich weiß es nicht. Okay. In Gedanken, wie du da so pflegst. Ja, ich weiß auch nicht. Schutz 1, Schutz 1, Schutz 2. Okay. Hast du Brustpanzer technisch? Was hast du? Schutz 1, ne? Ich habe noch Schutz 1, genau. Und Schutz 3 Hosen. Dann nimm mal Schutz 2 Brustpanzer noch. Hast du den da rumliegen? Oder wie? Hast du dir was gegeben? Ähm. Ach da, ja. Und ich, äh, habe jetzt keine Level mehr, mal wieder. Hm, ich habe auch keins mehr. Awesome. Nehmen wir das hier und das hier. Und wir müssen mal gucken, wenn sich jetzt die Welt nochmal verkleinert, dass wir hier aus dem Nether vielleicht mal rausgehen. Ja, können wir machen. Gucken, ob wir in den Kampf, weißt du, so, straight ahead, into the Kampf. Straight ahead, into the Kampf. Mein Kampf, also unser Kampf. Also. Ist das dann so, weißt du? Mein Krampf. Mein Krampf ist auch dein Krampf. Wir alle krampfen. Genau. Vorsicht hier. Ja, ja. Ich höre auch einen sehr garstigen. Einen garstigen Gast? Wirf mal einen Blick hinein. Ich glaube, ich habe gerade einen Namen gesehen. Oder? Ich habe keine Spitzhocke, ich habe keine Spitzhocke. Hast du gegessen? Ja. Ich mache mal so einen Durchgang. Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Wahrscheinlich. Füllt ihr mir dauernd Namen ein? Ja, okay. Okay. Ist niemand da? Warte. Ne. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz Lava hinsetzen, okay? Alles gut, alles gut. Lassen wir es lieber. Okay, ich habe Angst. Mit F5 kannst du um die Ecke gucken, ist dir klar, ja? Ach ja. Natürlich. Es war mir vollkommen klar. Was? Okay. Gut. Okay, hier ist keiner. Hier ist niemand. Mann. Jetzt komm hierher. Echt mal. Der mit seinen Diasachen. Ich will dich tot sehen. Ja. Wir wollen dich tot sehen. Wie sieht es denn aus? Wollen wir vielleicht mal eine höhere Position suchen? Wir können uns auch einfach einen Berg hinbauen. Ich meine, wir haben ja eh Zeit, ne? Das ist cool. Hast du Erde? Ein bisschen. Dann fang mal an, einen Berg zu bauen. Wohin denn? Also, wo findest du denn... Weiß nicht. ...ne gute Position? Hier so. Hier. Direkt hier über das Portal drüber. Hier? Okay. Guckst du, dass keiner kommt, ne? Dann baue ich hier einen Berg. Nö. Ich baue mich hier ein. Bin AFK kurz. Ach so. Ist das okay. Ich sehe nur einen Creeper. Und es ist keine Roter. Keine Angst. Oh. Gott sei Dank. Mhm. So, jetzt habe ich noch Erde. Damit kann man es ein bisschen abdecken. So, guck mal. Ach komm schon. Ist das schön? Ja, sieht gut aus. So, dann können wir hier oben drauf stehen. So, guck mal. Wow, das ist... Wow. Krass, ne? Voll awesome. Cool. Kann sogar noch eins höher gehen. Ja, mach mal. Mach mal. Okay. So, sag ich eigentlich die Kanten, dass man runterlöpfen kann oder nicht so gut? Ne, ist schon okay so. Ist schon okay. Okay. Und halt eine Mausschau. Spannend. Ja. Mhm. Du schaust in die Richtung, ich in die andere. So, wie sieht es aus? Welche Sprachen sprichst du so? Also, Deutsch. Mhm. Ab und zu mal. Okay. Ja, also meistens spreche ich ja, ähm, ähm, Töner, Tönerisch. 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 Kennst du das? Ach so, getönte oder gefärbte? Getönt. Okay. Ja. Ja, finde ich gut. Deswegen, deswegen Tönerisch, ne? Ja, klar. Macht Sinn, macht Sinn. Genau. Jetzt müsst ihr langsam zu uns getrieben werden. Siehst du die Weltgrenze? Sie nähert sich langsam. Ne, sehe ich nicht. Mann. Ich sehe das immer alles. Was hast du denn für eine Render Distance, Mann? Ich weiß nicht, ich traue mich jetzt auch nicht gucken. 20 plus Ultra. High Definition. Super Realistik. Gar nicht mal so. Ich habe nur 13 und ich sehe es nicht. Okay, guckst du kurz, dann schaue ich kurz nach. Ja, ich gucke. Ich habe, ähm, warte, bitte. Ach so, doch, tatsächlich 29. Übertreib halt. Ups. Ach so, deswegen sehe ich das, okay. Ähm, ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Gut, ich spiele fast nur Bad Wars, deswegen brauche ich nicht mehr als 8 eigentlich, aber. Ne, man kann dann zum anderen Team rüber gucken, ist doch gut. Ja, kann man mit 8 auch. Sicher? Bei den meisten Maps schon, ne? Okay. Ich sehe niemanden. Ich auch nicht. Siehst du jetzt jemanden? Nö. Du? Nö. Spielen wir? Ich sehe was, was du nicht siehst. Was sagst du? Ach, Mist, wir haben keine Dings, ne? Keine, keine Disc. Ich würde mal schnell einen Plattenspieler bauen können. Oh, das wäre cool gewesen. Ja. Warum habe ich eigentlich mein Fleisch weggelegt? Wir können Motenblöcke bauen, damit Musik machen. Ähm, was braucht man da dafür? Redstone und Holz. Cool. Haben wir, oder? Hast du, haben wir, nee, Redstone haben wir zurückgelassen, glaube ich. Ja, haben wir. Oh, Mist. Mist. Ist der Plan auch hinfällig? Awesome. Du guckst dich schon noch um, ne? Ja. Nicht, dass da... Okay. Ich sehe alles. Und noch viel mehr. Sneaken wir eigentlich, ja, ne? Bitte? Sneaken wir eigentlich? Also, du sneakst, ja. Ich auch. Okay. Ich meinte jetzt so allgemein. Sollten wir sneaken oder eher nicht so? Nee, ich weiß nicht. Eigentlich ist es sinnlos. Aber ich sneake, wenn ich stehe, aus Gewohnheit, glaube ich. Okay. Ich sneake immer nur, wenn ich kämpfe. Awesome-Taktik? Genau. Das ist halt die Tony-Taktik. Die Tony-Taktik? Sehr weltbekannt. Mhm. Boah, ich hatte gerade Angst vor dem Schaf. Das ist gerade bewegt da. Gegner! Angriff! Ja. Bist du die Weltborder eigentlich jetzt? Ich meine, das ist schon ziemlich klein geworden jetzt. Nö. Okay. Das ist krass. Also, du guckst wahrscheinlich immer noch... Also, du hast 29 bei der Distanz, ne? Du hast sie schon gesehen von mir. Jetzt ist sie vielleicht bei 20. In 20 Chunks Entfernung. Ja. Ich gucke aber nur 13 Chunks. Okay. Das dauert noch ein bisschen. Ja, gut. Wir könnten mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Mach mal. Soll ich da mal gucken? Ja. Okay, Slash. Halt. Noch 420 Sekunden dieser Folge. Okay. Das heißt, wir stehen jetzt noch 420 Sekunden hier rum. Können wir uns natürlich auch weiterhin vorbereiten, aber ich glaube, das... Ach komm, ganz ehrlich, YOLO. Echt mal. YOLO-Schmuck. YOLO. Kriegt uns nicht beide. Hoffe ich. Zütt den einfach an. Lass ihn jämmerlich verbrennen. Finde ich gut. Mhm. Hm. Aber ich frage mich echt, wo ist der? Ja, weil langsam müsste ich ihn eigentlich sehen. Also wenn er an der Oberfläche ist. Ja. Und nicht gerade hinter den Bäumen. Ich habe eine Idee. Was, was wir jetzt machen? Also in der Richtung ist er auf jeden Fall nicht. Hier können wir schon mal... Hier sind wir safe. Ich mache jetzt folgendes. Pass mal auf. Ja. Vielleicht weiß er ja einfach nicht, wo wir sind. Ach so, so ein bisschen Leuchtfeuer. Ich mache ihm jetzt ein Signalfeuer hier oben. Finde ich gut. Aber bitte keine Lava, ja? Nein, nein, nein. Alles gut. Und komm safe wieder runter. Soll ich dir hier Wasser hinsetzen? Okay, safe. Pass auf, safe. Guck mal hier. Wow. Wow. Das war richtig gut. Ja. Das war genau im richtigen Moment. Ja. Awesome. Wir haben es drauf. Teamwork at it best. Aber wirklich mal. Aber jetzt... Es nervt mich jetzt mir hier, dass da so ein... Ja, dann bau doch die Ohren auch in zwei Blöcke ab. So egal. Mach ich hier. Mach ich. Machen wir so? Ja. Okay. Also jetzt müsstest du die Border aber auch schon mal sehen, oder? Nee. Immer noch richtig. Nee. Hä, wo soll der sein? Wo willst du denn? Ich weiß es nicht. Die ist jetzt schon so mega nah. Das heißt, entweder ist er hier hinten bei den Bäumen irgendwo. Oder er sneakt halt die ganze Zeit. Oder er ist unter Tage noch. Ja, aber wovor hat er denn Angst? Ja, für uns. Ja, aber irgendwann muss er es zu Ende bringen. Ich muss es mal so sehen. Es gibt nur zwei Wege. Entweder er stirbt oder wir sterben. Stimmt. Und jetzt wird Nacht. Das heißt, es ist wieder doof. Ja. Boah, die Border ist jetzt schon so mega nah. Ja gut, jetzt sehe ich sie auch. Ja? Ja, es ist jetzt alles so verkriegt. Sie sind da hinten. Genau. Hä? Jetzt ist er runter? Okay. Oh, jetzt ist er echt schon richtig nah. Oh Gott. Ja, sag ich doch. Die ist mega nah. Hallo. Dann ist er vielleicht echt untergründig oder auch im Nether. Das Ding ist halt, wenn er jetzt unten ist, ne? Also runter vom Server. Nee, er ist wieder drauf. Und dann wieder drauf. Also ist jetzt schon wieder drauf. Okay. Weil sonst hätte er ja hinter der Border sein können. Und wenn man ja dahinter ist, wird man in die Mitte teleportiert. Das heißt, er kann auch plötzlich in der Mitte auftauchen, ne? Muss man ja auch aufpassen. Stimmt, stimmt. Er muss jetzt bald hier auftauchen. Ja, echt? Hä, wo ist der? Entweder ist er immer noch bei den Bäumen da hinten, ne? Kann sein. Möglich ist das, ja. Da hinten ist Lara. Und wie ist es, wenn wir ihn sehen? Gehen wir dann drauf? Ja, wir gehen vor die Bude drauf, ja. Also warten wir nicht, bis er ankommt, sondern gehen dann? Nein, wir gehen drauf. Okay, das ist gut zu wissen. Also ich wollte an der Stelle halt nicht direkt hinspassen und einfach mit dem Schwert draufschlagen. Erst erstmal mit dem Bogen ein bisschen spammen, gucken, wie er ausgerüstet ist. Vielleicht gleich einen Goldapfel dann essen, wenn wir ihn sehen, ne? Wie viel hast du? Vier. Okay. Mann, das wird dann schon reichen. Ich hoffe es. Wo ist der? Mann, der verarscht uns doch. Verarscht uns doch nicht. Das letzte Mal, als ich gegen ihn gekämpfte anfühle. Da ist er, da ist er, da ist er. Wo? Da ist er, da ist er, hinten bei den Bäumen. Bei den Bäumen, bei den dunklen Eichen. Ja, ich sehe ihn nicht. Siehst du, siehst du den Pilz da vorne? Ja. Nee, der ist gerade gesneakt. Ja. Und da rechts daneben. Okay. Bei, zwischen diesem vorderen Pilz und dem einen Wirkenbaum. Okay, okay, okay. Und dann ist er gesneakt. Also er ist jetzt irgendwo da hinten. Und wir lassen ihn da hinten sneaken, so. Okay. Kann es nicht auch sein, dass er jetzt wieder weg sneakt? Ja, er kann halt nicht weit weg. Hm, ich will Zeit damit noch nicht, dass wir jetzt einen Kampf anfangen, weißt du. Na, ist das denn, wird man in der Kampfsituation gekickt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Da ist er doch, oder? Nee, ist ein Creeper. Nee, ist das geläht dahinten. Die gehen aber auch auf keinen drauf. Er ist nicht da. Da ist er, da, da drüben. Da, ja. Okay. Wollen wir jetzt langsam in die Richtung? Ja. Okay, oder schnell in die Richtung. Na gut. Okay, ich treffe ihn nicht. Awesome. Er geht inzwischen. Warte mal, wir dürfen uns nicht trennen. Nicht, 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 nicht in den Wald rein. Ja, ja. Wer weiß, welches denn da fallen? Ich habe ihn einmal. Sehr gut. Ich habe den Nerven, glaube ich. Nee, danke. Erst mal den Goldapfel. Ich will ihn nochmal. Ich habe ihn nochmal. Okay. Gut, gut. Ich renne dir hinterher. Was hat er vor? Ich weiß nicht. Stell dir mal den Weg ab. Okay. Mach mal den Zombie hinter dir platt. Bin hitgegeben. Okay. Hilfe, Hilfe. Ich muss zu dir. Ich muss zu dir. Er stirbt. Hi. Wir haben gewonnen. GG. Cool. Hä, war der Silberfischchen? Hä? Warte, das her? Weiß nicht. What the hell? User was moved out of your channel. Hallo. Ah, nennt mich doch. Wer war? Ich muss mal sagen, Blockler hat hart gecarried, oder? In eurem Team. Ja. Wer hat mich da gestillt? Ich würde sagen, ich war total gut. Blocki, wir haben geschehen. Ich hatte einen Leck als Nachteil, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Juchu. Man kann einfach so ins Enderportal gehen, das wusste ich gar nicht. Du hättest dich verstecken können, da hättest du einen Vorteil gehabt. Töte dich nicht, du dich labern, du dich labern. Das war mein Plan, aber da hab ich gedacht, das Enderportal ist dann nicht angefackelt. Ach, cool. User disconnected from your channel. Wir haben's geschafft. Hey, du disconnected from your channel. Wieso? Rage grid. Ja, genau. Wir haben's geschafft. Komm, wir gehen zum Mitte. Wir haben's geschafft. User joined your channel. Das ist völlig unmöglich gegen zwei. Halt, warte, ist kein Rage grid. Aber du hattest die ja Sachen, angeblich. Das war nur psychologisch. Oh, scheiße, oder? Keine Ahnung. Psychologische Kriegsführung. Wer mal viele Dias findet, es gibt ja Zufälle, die gibt's gar nicht. Naja, ne, 1.8. Das ist ja schon krass, Dias gefunden. Oh nein, die werden gekriegt. Aber cool. Yay. Also ich bin schon mal gespannt auf jeden Fall, erst mal aus meiner Sicht. Ich bin schon mal richtig gespannt auf die Folgen. Ich bin so wirklich hart am Carrying. Ich freu mich echt drauf, zu sehen. Ja, mal schauen. Freut mich so gar nicht auf meine Folge. Bedäufig. Einfach so unglaublich langweilig ist. Wir hätten sie halt weggefickt. Wir haben nichts verstanden, was? Wir konnten uns vielleicht hätten sie alle weggefickt. Nee, komm, nee. Ey, doch, T-Score sind wir gewinnen. Ja gut, Leute. Aber auf jeden Fall war ein schöner Abend. Trotzdem hätte es die Künftung schon mal an. Vor allem dann ganz blocky. Und hat ihn dann halt auch dabei wahrscheinlich. Ich weiß es ja nicht, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich setze es mal einfach so grobe ein. Ja. Ich habe voll viel gerissen, ja? Nein. Ich habe einen Hügel gebaut, der war toll. Yay. Okay. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Das war's. Ja. Einen Abend. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.